Also ein bisschen nah am Posten. Ja, jetzt kannst du laut sagen. Shit! Chef! Chef ist angepisst. Ich weiß, ich weiß nicht, ich hab jetzt die alte Schwester. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Shit! Oh, shit!